Seit einer Woche ist Natascha Kampusch die meistgesuchte Person Österreichs. Tagelang wurde rund um die Uhr nach ihr gesucht. Sogar Hubschrauber waren im Einsatz. Die ganze Donaustadt wurde durchkämmt. Die Polizei ging über 140 Hinweisen aus der Bevölkerung nach. Doch Natascha bleibt spurlos verschwunden. Die Eltern sind zerrissen zwischen Resignation und Hoffnung. Ich habe gehofft, dass wir es wirklich irgendwo finden. Aber wie dann die 48 Stunden abgelaufen sind, habe ich gesagt, so lange kann sie nicht trutzen und irgendwo in einer Ecke sein. Da muss sie irgendwann einmal hervorkommen. Dann habe ich schon gedacht, da kann nur was passiert sein. Aber komischerweise, wie dann die 48 Stunden vorbei waren und wie das immer länger dauert, immer länger, immer länger, wird meine Hoffnung immer größer, dass wir sie doch noch lebend finden. Was ist am Montag, dem 2. März wirklich passiert? Spekulationen gibt es viele, gesicherte Anhaltspunkte dagegen wenige. Die Natascha ist gegen drei Viertel sieben am Montagmorgen aufgestanden und hat die Wohnung ziemlich genau gegen sieben Uhr verlassen. Sicher ist auch, es gab einen kurzen Streit zwischen Natascha und ihrer Mutter. Kurz nach sieben läuft Natascha quer durch die Siedlung. Wie ich nachgeschaut habe beim Fenster, ich schaue immer, wenn sie weggeht in der Früh, schaue ich beim Fenster nach und da ist sie im Laufschritt gegangen. Also habe ich schon das Gefühl gehabt, auch am Abend noch, wie es weg war, die Natascha, dass sie sich sehr wohl beeilt hat, pünktlich in die Schule zu kommen. Nataschas Schulweg führt über belebte Straßen. Hunderte Menschen sind hier frühmorgens unterwegs. Die Natascha hat ihren üblichen Schulweg eingeschlagen und nach überqueren der Wagramer Straße, bei dort einem befindlichen Kreisverkehr, wurde sie nur wenige hundert Meter von der Wohnung entfernt das letzte Mal gesehen. Eine Woche später, der Vater wartet rund um die Uhr auf neue Hinweise. Hoch. Seit der Trennung von Frau Serni wohnt Ludwig Koch bei seiner Mutter. Die Küche ist zum Krisenzentrum geworden. Würden Sie bitte im Sicherheitsberat die Nummer 313, 46, 36, 131. Ich biete Sie darum. Ja, danke sehr. Herr Koch hält ständigen Kontakt zu den Behörden. Alle paar Minuten läutet das Telefon. Noch hat kein Anruf zu einer konkreten Spur geführt. Doch der Vater will nichts unversucht lassen, um seine Natascha wiederzufinden. Ich mache mir Sorgen, seitdem ich weiß, dass das weg ist. Und das Sorgen wäre noch jeden Tag mehr. Ich meine, das ist mit Sorgen gar nicht mehr zum Austreten. Ich kann mir nicht vorstellen, ja, dass sie irgendwo freiwillig eingestiegen ist zu jemandem. Da müsste irgendein, müsste sie gekannt haben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann, ich habe mit der Polizei gesprochen und es ist effektiv nichts gefunden worden. Und keine vorhanden Wirkung. Die Leute hätten ja das sehen, hätte irgendwer sehen müssen. In der Volksschule herrscht beklemmende Stimmung. Man hat Angst um Natascha, aber auch um die anderen Kinder. Gibt es vielleicht doch einen Verbrecher, der hier sein Unwesen treibt? Gerüchte gibt es viele. Nataschas Lehrerin, Susanne Bruneder, steht jetzt unter Dauerstress. Sie ist ständig mit den Ängsten von Eltern und Kindern konfrontiert. Der leere Platz Nataschas irritiert alle. Zum Teil mitten aus dem Arbeiten heraus sagen die Kinder plötzlich, wir sind so traurig, die Natascha ist nicht da. Zum Teil werden sie sehr, sehr wild und ungestüm und dann sind sie wieder zurückgezogen und traurig. Das ist so schubweise. In Gesprächsrunden versucht die Lehrerin mit den Schülern das Verschwinden Nataschas aufzuarbeiten. Habt ihr mit den Eltern überhaupt so gesagt? Nein, 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 nein. Habt ihr mit den Eltern über die Natascha gesprochen? Ja. Meine Mutter hofft, dass sie wieder gewonnen ist und dass es ihr gut ist. Meine Mutter glaubt, dass sie schon tot ist, weil so ein Kind kann so lange nicht leben. Jeder den Schülern noch der Lehrerin geht Natascha aus dem Kopf. Dieses Bestreben bei mir, möglichst im Mittelpunkt zu stehen, vielleicht weil sie Schwierigkeit hatte, sonst im Mittelpunkt zu stehen oder Anerkennung oder Streichleinheiten zu bekommen, wenn sie die gebraucht hat. Und weil sie gewusst hat, dass sie das bei mir bekommt, das wissen die Kinder alle. Und wer Schwierigkeiten hat, kommt zu mir und muss mir auch nicht unbedingt was erzählen. Natascha Kampusch. Wurde sie wirklich Opfer eines Verbrechens oder lief sie einfach von zu Hause weg? Eines ist sicher, ihre Familiensituation war nicht einfach. Sie litt unter der Trennung ihrer Eltern. Den Streit um das Sorgerecht bekam sie voll zu spüren. Sie fühlte sich durch die Berufstätigkeit der Mutter vernachlässigt. Das sprach die frühreife Zehnjährige sogar offen aus. Ich habe schon zwei erwachsene Töchter und natürlich vier Enkeln. Und sie fühlt sich zurückgesetzt, wenn die Enkeln bei mir sind. Die sind sehr oft bei mir, sie schlafen bei mir. Also oft, wenn die Kinder fortgehen, sage ich, okay, kein Problem, können sie mir vorbeibringen. Die Natascha hat, das gefällt ihr, wenn sie da sind. Aber nur wenn sie etwas anstehen und ich schimpfe nicht, dann sagt sie, mit mir schimpfst du, mit dir schimpfst du mich. Mich magst du nicht. Ich kann nur hoffen, dass das stimmt, was ich vermute. Und das ist das, was wirklich einmal überdreht hat und uns beiden zeigen hat wollen, so geht das nicht. Man muss sich irgendwer für ein Kind einstellen. Und das ist, das ist beide beide. Und sozusagen einen Hinweis geben wollte und eine Tat setzen wollte, dass wir, ich bin der Meinung, in einer Beziehung ist keiner schuldlos. Und warum soll das Kind praktisch, ich meine, das ist das Höchste, warum soll das Kind darunter leiden? Eine Woche voll von Selbstvorwürfen und Schuldgefühlen liegt hinter Nataschas Familie. Frau Sirny versucht gemeinsam mit den Töchtern aus erster Ehe und den Schwiegersöhnen, das Verschwinden des Kindes zu bewältigen. Wieder und wieder wird nach Hinweisen gesucht, die das Weglaufen erklären könnten. Manche sind mehr als deutlich, wie die Aussage der Eltern von Nataschas Freundin Daniela etwa. Die haben mich am Mittwoch in der Früh angerufen und haben mir das eben erzählt und haben gesagt, die Natascha hätte gesagt, sie würde von zu Hause weggehen, weil wenn Streitigkeiten sind, wird sie immer mit einbezogen. Und dass das vielleicht der Grund ist, kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie aus dem Grund heraus weggelaufen ist. Noch am Wochenende vor ihrem Verschwinden war Ludwig Koch mit seiner Tochter im Ferienhaus im ungarischen Jörger. Aus diesem Grund hatte Natascha auch ihren Reisepass bei sich. Der Vater klammert sich an die Hoffnung, dass sie dort auftauchen könnte. Sowohl er als auch die Mutter trauen Natascha diese Selbstständigkeit zu. Sie hat sich für alles interessiert. Sie hat sich interessiert, Bahnverbindung oder egal wie kommt man. Und sie hat, ich weiß nicht, über Liebe für Ungarn und die Kleinstadt, wo wir sind. Und sie selbst auch lieben gern dort. Und die beherrscht schon, ich will sagen, 20, 30 Prozent von der Sprache beherrscht sie. Ich meine, die Leute lieben sie dort und sie ist selbst auch gerne dort. Und sie weiß, bei uns im Haus, sie könnte sich ohne weiteres 14 Tage, könnte sie sich aufhalten, ohne dass sie irgendetwas braucht. Ludwig Koch war letzten Dienstag selbst in Ungarn. Die Fahndungsfotos hängen mittlerweile überall in und um Scharva. Die Suche des Vaters blieb erfolglos. Jetzt hat sich auch die ungarische Polizei eingeschaltet. Falls Natascha Injöger oder Scharva auftaucht, müsste sie jedem auffallen. Die Interpol hat sich am 5. März eingeschaltet. Damit haben wir ganz offiziell die Suche nach dem Mädchen begonnen. Wir waren aber schon am Tag vorher in Jöger bei den Nachbarn und haben uns im Haus des Vaters umgesehen. Wir haben die Bewohner des Dorfes, auch den Postboten und den Bürgermeister befragt. Aber bis jetzt gibt es auch hier keine Spur von Natascha. Anstelle, die Postascha.de und mindestens so, die gibt es auch eine eredmännische Information. Letztes Wochenende am Sonntag sind sie, nachdem sie im Bad in Scharva waren, so was sie um vier zu uns gekommen, halber vier, vier. Und sind so gegen halb fünf gefahren. Da sind sie dann ins Haus zurückgefahren, weil es Licht hat, noch brennt, Berner. Und dann sind sie zurückgefahren und das war das letzte Mal, dass wir das gesehen haben. Ich kenne sie. Sie war oft mit dem Vater bei mir. Sie ist sehr nett und freundlich. Wir vermissen sie und machen uns Sorgen um sie. Das ganze Dorf hofft, dass Natascha wieder gesund zurückkommt. Die Nachbarn in Jöger halten das Haus von Ludwig Koch unter ständiger Beobachtung. Vergangenen Freitag suchten österreichische Kriminalbeamte hier nach Spuren. Aber es bleibt dabei. Natascha ist hier nicht aufgetaucht. Nach einer Woche intensiver Ermittlungsarbeit gibt es über ihren Verbleib immer noch keine Anhaltspunkte. Es gibt Indizien für eine Abgängigkeit. Ganz einfach deshalb, wir haben keine Spur, nichts von der Natascha gefunden. Möglicherweise, wenn so ein Kind mit zehn Jahren abgängig ist, dass sie irgendwo doch einen Hilfeschrei setzt, einen Ruf, einen Anruf oder eine Botschaft. Das haben wir nicht. Und genauso stark sind die Indizien aber, dass es doch ein Verbrechen vorliegen könnte. Denn es gilt das Gleiche, dass gesagt, wir haben keine Spur, keine Anhaltspunkte. Und auch das ist ungewöhnlich, dass wir vom Verschwinden der Natascha eigentlich keinen Ansatzpunkt haben. Das Warten auf ein Lebenszeichen der kleine Natascha wird für die Eltern immer unerträglicher. Ihnen bleibt nur die Hoffnung. Ich habe das Gefühl, dass ich keinerlei Fehler gemacht habe. Aber es wird sicher eine andere Basis, wenn ich mein Kind in den Arme nehmen kann, wird sicher eine andere Basis auf uns beide zukommen. Liebe Natascha, ich bitte dich um alles, bitte kommt zurück, egal, wenn du nicht kannst und egal, wer ihr seid und ihr habt die Natascha, bitte, bitte gebt sie uns wieder und lasst sie zurückkehren. Seit die zehnjährige Natascha, vorigen Montag als vermisst, gemeldet wurde, schwankt ganz Österreich zwischen Hoffen und Bangen. Sofort sind einem die furchtbaren Fälle von Gewalttaten an Kindern in Erinnerung, die in den vergangenen Jahren in Wien passiert sind. Trotz unzähliger Hinweise, die bereits bei der Polizei eingegangen sind, gibt es noch immer keine Spur von ihr. Natürlich gibt es nach wie vor Hoffnung, dass das Kind ganz einfach ausgerissen ist. Tom Matzik und Christoph Feuerstein haben die Familie Nataschas besucht und sie haben die Hintergründe ihres Verschwindens beleuchtet. Frau Sierni, Sie haben mir das öfter in Nataschas Kinderzimmer gezeigt. Sie haben darin ja bis heute nichts verändert. Sie haben einmal zu mir gesagt, Sie warten jeden Moment, dass es an der Tür läutet und Natascha steht vor Ihnen. Jetzt lebt Natascha. Hätten Sie das wirklich jemals zu hoffen gewagt? Ja, also ich habe immer fest daran geglaubt, dass sie irgendwann einmal kommt. Ich kann es gar nicht sagen, wie glücklich ich bin. Wie war dieser Moment, wo der Anruf kam? Es ist ein Anruf gekommen, es ist von einem Media. Irgendein Media hat angerufen und hat gesagt, Sie haben die Natascha. Erst wollte man es gar nicht sagen und dann, dass die Natascha ein Deutschwagerer ist. Und eine junge Dame, die behauptet, sie sei Natascha Kampusch. Ich habe dann sofort in der Arbeit angerufen und habe mir die Telefonnummer von der Polizeistation Deutschwagerer geben lassen. Und habe dort angerufen und bin aber auf ihr Wegen zu einem Polizisten gekommen, der unterwegs war. Er hat gesagt, ich soll noch einmal versuchen. Und in der Zwischenzeit hat mich dann vom Sicherheitsbüro der Herr Fischer angerufen und hat mir gesagt, dass die Natascha da ist. Und wirklich, sagt er, ja, mit 99%iger Sicherheit. Also es war ein Wahnsinn. Die erste Begegnung, wie hat sich das abgespielt? Wahnsinn. Ich bin dort in das Gebäude hinein. Also es ist immer, mein Herz ist immer ärgert, hat immer Ärger zum Schlagen begonnen. Im Aufzug habe ich schon geglaubt, jetzt ist schon die Türe dabei, war das erst der Aufzug. Dann habe ich noch ein Stückchen warten müssen, aber es war ein Wahnsinn. Also, Natascha ist mir mal in den Hals gefallen und ich ihr natürlich. Und sie hat gesagt, Mama Mausi. Und sie hat gesagt, das weiß ich eh, dass du das nie wolltest. Und sie hat wirklich, also unwahrscheinlich. Also ich bin so stolz auf das Kind, dass sie das geschafft hat, dass sie wirklich eine Gelegenheit gefunden hat, zu fliehen. Es sind acht Jahre vergangen. Sie haben Natascha das letzte Mal gesehen, da war sie zehn. Jetzt ist sie eine junge Frau. An was haben Sie sie als allererstes erkannt? Nein, an ihrer Art. Also Gesicht, das kann man nicht. Also das Mutter, das vergisst man nicht. Also das ist das Kind. Und ich glaube, in 20 Jahren hätte es andere erkannt. Hat sie Ihnen in dieser Zeit, in der Sie sie gesehen haben, etwas erzählen können über diese schrecklichen acht Jahre? Über das, was sie dort erlebt hat? Naja, wir haben gesprochen, aber ich bin nicht, ich habe keine Fragen gestellt diesbezüglich. Ich habe sie sprechen lassen und sie hat auch jetzt den Wunsch geäußert, dass sie selbst, wenn zu den Medien spricht und ich nichts sagen soll und ich sage auch nichts, ich lasse das ihr über, weil sie ist wieder da und sie soll entscheiden. Man hat ja schon einige schreckliche Dinge gehört, die der Natascha passiert sein sollen. Wie wirkt sie denn auf Sie? Also verblüffend. Ich habe gesagt, ja, sie hat eine starke Natur, eine starke Persönlichkeit und sie hat das von ersten Moment an der Entführung wirklich total gecheckt. Also bewundernswert. Ein Kind mit zehn Jahren, so vernünftig zu sein und sich so arrangieren, ist unwahrscheinlich. Wenn man sich das jetzt überlegt, acht Jahre, Sie haben in der Wartzeit gehofft, Angst gehabt, wie sieht sie denn jetzt aus? Ja, also so wie sie da die Veränderung gemacht haben im Fernsehen, wo sie jetzt also angeblich mit 14, 15 ausschaut, genau so, sie hat doch die Frisur so. Also es ist Wahnsinn, Wahnsinn. Was ist denn jetzt das Wichtigste für die Natascha? Was braucht sie am dringendsten? Für mich ist das Wichtigste, dass die Natascha mir sagt, was sie will und ich bin nur ihre Begleitung. Also ich begleite sie jetzt auf den weiteren Weg. Was ist denn da jetzt alles notwendig, wenn man sich das jetzt überlegt? Sie konnte nicht in die Schule gehen. Haben Sie sich da schon überlegt, was muss man jetzt tun? Ja, also ich glaube, Schulausbildung oder irgendeine Bildung in einer Form einer Schulausbildung wäre ganz gut, dass sie hat. Natascha war acht Jahre lang eigentlich in ihrer unmittelbaren Nähe versteckt. Machen Sie da eigentlich auf der Polizei einen Vorwurf, hier Fehler gemacht zu haben? Naja, ich mache der Polizei, ich habe der Polizei, ich habe ja, ich mache jetzt keinen, es ist achteinhalb Jahre her. Und ich habe damals, weil es wurde ja gesagt, ein Mädchen hat sie gesehen, wie es in einem weißen Bus gezehrt wurde. Und die Polizei ist jetzt nach 14 Tagen nachgegangen. Dass sie dann natürlich diesen Herrn auch befragt haben und der hat angeblich, weiß ich nicht, irgendwas drinnen geladen gehabt im Auto und plausibel erklärt, was das ist. Und nicht weiter, er ist nicht verdächtig gewesen und haben das Ganze wieder abgehakt. Haben Sie das Gefühl, dass die Polizei vielleicht Natascha zu früh aufgegeben hat? Dass man zu früh davon ausgegangen ist, dass sie tot ist? Ich kann das eigentlich jetzt gar nicht mehr so nachvollziehen. Damals ist man nur, habe ich das nicht verstanden, dass es jetzt eingestellt wird und eigentlich nur auf Zufall. Sie gehen, wenn irgendwas reinkommt, gehen sie der Sache nach. Urstub, ob das jetzt im Porno ist oder Kindermissbrauch oder was, überprüfen sie die Personen. Was ich eigentlich auch okay finde, weil das ist die Polizeiarbeit. Ich meine, sie haben sich, glaube ich, zwei Jahre schon sehr intensiv mit dem Verschwinden von meiner Tochter befasst. Ja, aber für mich war es natürlich zu wenig, wenn sie sich, glaube ich, drei Jahre damit befasst hätten oder acht Jahre lang. Also hätte ich auch immer das Gefühl, weil ich habe es nicht verstanden, dass man nichts findet und gar keinen Anhaltspunkt hat. Wie hat das Verschwinden von Natascha ihr ganzes Leben verändert? Ja, total. Es hat dann nichts mehr so funktioniert, wie es war. Es gab keine richtigen Weihnachten, keine richtigen Freuden. Ich habe total ablockt. Ich habe mich in die Arbeit gestürzt und ich wollte eigentlich, wollte meine Enkel auch nicht wirklich um mich haben, die ersten ein, zwei Jahre. Dann habe ich mir natürlich gesagt, es ist schade, es sind ja die Enkel, die kennen nichts dafür, dass die Situation so ist, wie sie ist. Und ja, dann habe ich mich halt dann auch ein bisschen mehr um die gekümmert und ja, habe jetzt geschaut, dass ich nicht sehr viel alleine bin und nicht viel zu nachdenken habe. Sie sind ja auch eigentlich von in- und ausländischen Medien damals fast überrollt worden. Wie haben Sie das erlebt? Ja, die Medien habe ich eigentlich mehr oder weniger, es gibt nur einige, die ich positiv erlebt habe, aber die meisten negativ. Es wurde nie das geschrieben, was man wirklich sagt. Es wurden ja eigentlich auch ihre gesamten Familienverhältnisse durchleuchtet. Es war dann ja auch die Rede wirklich von sexuellem Missbrauch innerhalb der Familie. Natascha soll ein ungeliebtes Kind gewesen sein. Es ging ja dann sogar so weit, dass man ihnen unterstellt hat, etwas mit dem Verschwinden von Natascha zu tun zu haben. Wie war das? Es war natürlich entsetzlich und das kann man, glaube ich, in Worten gar nicht fassen, wie man sich da fühlt. Und auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, ja, es kann ja jeder herkommen und sagen, irgendwelche Behauptungen aufstehen, wir sind in einer Demokratie. Es wird wahrgenommen, die Medien waren ganz geil drauf, sage ich jetzt einmal. Und ja, und es ist geschrieben worden und die anderen sind bei den Behauptungen geblieben. Ich habe gewusst, was passiert ist, wie es passiert ist und ja, das hat mir dann letztendlich auch genügt. Also Sie haben geklagt auch. Wie ist das jetzt? Sie lebt. Ja, jetzt wissen alle, dass es nicht so war, wie Sie behauptet haben. Und da gibt es ein paar spezielle, ich weiß nicht, ob ich den Namen nennen soll, also der soll sich sehr bei der Nase nehmen. Auch der Vater von der Natascha war natürlich in einem Ausnahmezustand. Auch der hat sich ja dann eigentlich gegen Sie gewandt und eigentlich auch diese Unterstellungen Ihnen gegenüber mitgetragen. Jetzt ist die Natascha wieder da. Ist das jetzt auch der Zeitpunkt, sich wieder gemeinsam an einen Tisch zu setzen und zu sagen, es geht um die Natascha, begraben wir diesen Streit? Ja, also ich richte mich nach dem Wünschen der Natascha, wenn sie ihn sehen will oder bei ihm sein will, ich lege nichts in den Weg. Also ich, meine Person, also meine Gefühle zu ihm oder meine, ja, das klammere ich aus. Wie stellen Sie sich jetzt die unmittelbare Zukunft mit der Natascha vor? Na schön. Na ja, jetzt braucht es nochmal eine Schulausbildung, sie braucht komplettes Gewand, sie braucht es, sie muss ja komplett, also die hat ja gar nichts. Sie sieht ja aus, sie hat jetzt auch gekriegt von der Schwester, die ist einkaufen gegangen, die hat dir mal jetzt das Notwendigste besorgt. Aber sie braucht ja alles, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Das ist ja wie eine Geburt und da muss alles her, also von Glänzen vom Schuh bis zum Zahnbürstern, also alles. Frau Sierne, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen und vor allem natürlich der Natascha alles Gute. Danke. Die Heine Straße in Strasshof, in der Nacht auf heute. Herr Drückasch, Sie sind ein Nachbar hier. Ja. Haben Sie den mutmaßlichen Täter gekannt? Natürlich. Was hat er für einen Eindruck auf Sie gemacht? Ja, nicht im Besten. Er war eigentlich ein Sonderling. Wir haben uns schon gewundert, dass der Oliver auch da rumgetun ist. War aber im Wochenende war seine Mutter da. Und mit der hat er aber auch rumgetuniert. Mit einem kleinen Mann. Und wir haben uns schon gewundert, weil ein paar Mal haben wir gesehen, also haben wir gehört, eine junge Stimme. Und hat meine Frau gesagt, das ist aber nicht seine Mutter, mit der er was. Er hat gesagt, er will er auf eine leute Freundin haben. Wir haben das weiter nicht beachtet. Wenn Sie sagen, Sie haben eine Stimme gehört, eine junge Stimme, dann glauben Sie, war das die Natascha? Das kann ich nicht sagen. Wir haben so gesagt, ich bin so ein toderer Freundin. Welches Schicksal sich hinter der kurzen Wahrnehmung des Nachbarn verbirgt, ist erst gestern Nachmittag zutage getreten. Peter Drückasch könnte tatsächlich damals Natascha gehört haben. Was Natascha in den letzten acht Jahren durchlebt hat, hat sie gestern einer jungen Polizistin erzählt. Sie war der erste Mensch, dem sich Natascha seit ihrer Entführung anvertrauen konnte. Frau Holmberger, Sie waren gestern da, als die Natascha hereingebracht worden ist. Können Sie uns ein bisschen die Situation schildern? Ja, gestern ungefähr um halb zwei Nachmittag bin ich hier in dem Raum gesessen. Die zwei Kollegen, die was die Natascha abgeholt haben, von dem Vorfallsort, wo sie aufgefunden wurde, sind mit der Natascha dann in den Journaldienstraum hereingekommen. Die Natascha war mit einer Decke überhüllt, weil sie nicht gesehen werden wollte. Sie ist an die Tür dann hereingekommen, ich habe sie dann hier in Empfang genommen. Ich bin mit ihr sofort dann in das Nebenzimmer gegangen, dass sie dann keiner sieht, weil sie da Angst gehabt hat vor den Kollegen. Ich bin dann mit ihr herübergegangen, ich weiß nicht, wann sie mitkommen. Zeig sie noch. Wir haben uns dann da einigesetzt. Ich bin gegenüber von der Natascha am Anfang gesessen. Ich habe sie hier Platz nehmen lassen, Natascha ist dann hier gesessen gegenüber von mir. Ich habe mir einmal vorgestellt, dass ich die Sabine bin, sie ist die Natascha. Sie war ziemlich gesprächig, sie hat gezittert, sie war käseweiß eigentlich. Sie hat nur ein kleid angehabt, ein loses Kleid. Ich habe dann eine Jacke gebracht von mir, sie hat eine Gendarmeriejacke von mir anbekommen. Ja, sie hat mir gleich die Sache, die ganze Sache von Anfang an bis zum Schluss geschildert. Sie hat überhaupt keinen Scham, nichts gehabt. Sie hat angefangen von dem Tag der Entführung zu erzählen, wie das Ganze sich abgespielt hat, was sie für Gedanken gehabt hat, für Gefühle. Was hat sie da erzählt? Dass sie vorher einen Streit mit ihrer Mutter gehabt hat, dass die Gedanken in ihrem Kopf herumgeschwürzt sind auf dem Schulweg, hat sie mir erzählt. Sie wollte die Straßenseite wechseln, hat es aber dann da nicht gemacht, weil sie dachte, wird schon nichts passieren, so auf die Art. Das war eben nicht der Fall, ja. Sie hat den Mann gesehen im Vorhinein und sie wollte die Straßenseite wechseln, hat sie gesagt, ja. Dann ist sie doch weitergegangen und, ja. Gestern früh ist die 10-Jährige wie jeden Tag kurz vor 8 in die Schule gegangen. Dort kommt sie aber nie an. Nataschas Lehrerin vermutet, dass das Kind krank ist. Auch im Hort, wo Natascha immer den Nachmittag verbringt, fällt ihr Fehlen nicht weiter auf. Als Natascha bis 18 Uhr nicht nach Hause kommt, alarmiert die Mutter die Polizei. Ich kann mir das überhaupt nicht erklären, weil sie ist an und für sich ein verlässliches Kind und wenn sie weggeht, sie ist in 20 Minuten in der Schule und genauso am Retourweg. Also sie geht nirgends, weicht den Weg nicht ab, sie kommt am geraden Weg nach Hause. In der Siedlung am Rennbahnweg herrscht Angst. Schon mehrmals wurde ein Exhibitionist gesehen. In der Schule wurde mit Flugzetteln vor dem Mann gewarnt. Er hat nur angeblich zu ihr gesagt, wenn es an diesem Tag nicht gewesen wäre, dann wäre es der nächste Tag gewesen, wo sie entführt wäre. Wollte er ausgerechnet sie entführen oder wollte er jemand anderen entführen? Was sie mir sagte, war es angeblich genau sie, die Natascha. Und wenn sie die Straßenseite gewechselt hätte, wäre es an diesem Tag nicht passiert und vielleicht am nächsten Tag, hat sie mir gesagt. Hat er irgendwie zu ihr gesagt, warum er sie ausgesucht hat? Nein. Hat er sie gekannt? Nein. Sie hat ihn nicht gekannt. Nein. In den ersten Jahren hat sie auch den Namen von ihm nicht gewusst. Aber sie hat sein Gesicht gekannt und alles? Alles, ja. Hat sie ihn ja gesehen. Er hat die Ernährung und die Hygiene, sie war hygienisch wirklich sehr gut bei einer anderen. Sie hat zwar Ausschläge an den Füßen, aber sie hat eine sensible Haut. Ein sehr sensibler Traum ist ja auch so weiß. Unter der Garage des Hauses von Wolfgang Pricklopil in Straßhof war Natascha jahrelang eingesperrt. Mit dieser schweren Stahltür war der zwei Meter hohe Raum verschlossen. Nach acht Jahren, fünf Monaten und 21 Tagen nützt Natascha gestern Nachmittag einen unbeobachteten Augenblick und läuft davon. Sie lässt das Haus ihres Entführers erstmals alleine hinter sich. Um 14.03 Uhr geht im Wachzimmer Deutsch-Wagramm ein Anruf einer älteren Dame ein. Sie habe in ihrem Garten eine verwirrte junge Frau vorgefunden. Wolfgang Pricklopil bemerkt den Polizeieinsatz und flüchtet mit seinem roten BMW nach Wien. In der Garage eines Einkaufszentrums stellt er ihn ab. Der 44-Jährige läuft zu Fuß weiter, lässt sich dann draußen von einem Freund abholen und entwischt so der Polizei nur knapp. Wolfgang Pricklopil erzählt seinem Freund, dass er angetrunken in eine Polizeikontrolle geraten sei und deshalb geflüchtet sei. Mittlerweile ist das Donauzentrum zur Gänze umstellt. Auch Suchhunde werden eingesetzt. Zur selben Zeit dringt eine Spezialeinheit der Polizei in die Wiener Wohnung der Mutter des Flüchtigen ein. Auf sie ist der BMW angemeldet, doch die Wohnung ist leer. Stundenlang wird jedes Auto kontrolliert, das aus der Garage des Einkaufszentrums herausfährt. Um 18.45 Uhr werden Phantombilder des Flüchtigen zu den Polizisten gebracht. Wenig später lässt die Spurensicherung das Auto abschleppen. Den Wagen hatte Wolfgang Pricklopil von seinem Vater geerbt, der vor rund 20 Jahren an Krebs verstorben ist. Um 20.59 Uhr melden die ÖBB, dass sich nahe des Pratersterns ein Mann auf offener Strecke vor eine Schnellbahn geworfen habe. Bei der schwer verstümmelten Leiche wird der Schlüssel des BMW gefunden. Ein Freund identifiziert Wolfgang Pricklopil anhand der Kleidung. Wir sind aus der Station Praterstern herausgefahren. Kurz nach der Station hat es dann einen leichten Rucker gegeben und eine relativ zügige Bremsung. Es war aber keine Notbremsung, sondern der Zug ist dann stehen geblieben. Und circa da bei den Masten muss das gewesen sein, wo dann die Feuerwehr, wo in der die Flange umgestanden ist und geschaut hat. Und eben die Durchsage war, wir haben einen Selbstmörder. Haben Sie irgendwie vermutet, dass das derjenige sein könnte, der eben der mutmaßliche Entführer von dieser Natasche ist? Oder ist man auf die Idee nicht so schnell gekommen? Also ich habe mir das auch schon gedacht, bzw. meine Frau hat zum Telefon schon gesagt, das ist sicher der. Aber im Zug selber war davon überhaupt kein Red. Natascha Kampusch hat in den mehr als acht Jahren, die sie in diesem Haus gefangen war, eine enge Beziehung zu ihrem Peiniger aufgebaut. Es war aber dann schon mehr, ich weiß nicht, eine Vaterperson für sie und er hatte wirklich alles, unter Anführungszeichen, ermöglicht am Anfang, von hygienisch her. Sie war sehr rein, wirklich, sie hat die Zähne geputzt und alles und das hat sie besonders, sie hat die Hände gewaschen und das war hygienisch, wirklich. Aber sie hat irgendwie von einem Verbrecher von ihrem Peiniger gesprochen? Ja, hat sie, ja. Hat sie. Hat sie über ihn irgendetwas gesagt? Ja, hat sie auch, ja. Zum Beispiel? Was können Sie denn auch sehen? Nein. 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 Das hat sie mir nicht erzählt, nein. Haben Sie das Gefühl, dass Natascha ein Missbrauchsopfer ist, das hier auch in seiner sexueller Missbrauch stattgefunden hat? Meines Ansichts, ja. Wird ihr aber nicht klar werden noch. Es ist ihr nicht klar. Nein. Sie hat das alles freiwillig gemacht, ihm hat sie gesagt und, ja. Er wurde gedroht, wenn sie flüchten würde, dass ihr was passieren wird, ihrer Familie. Dadurch hat sie wahrscheinlich auch keinen Fluchtversuch unternommen am Anfang. Herr Koch, wir sind unzählige Male genau an diesem Tisch gesessen und es war eigentlich immer fürchterlich traurig. Jetzt ist Natascha wirklich zurück. Wie geht es Ihnen? Ich kann es nicht ausdrücken. Genau auf diesem Platz war man so oft traurig und dass es so etwas gibt. Ich habe nicht geglaubt, dass ich so etwas noch erleben werde. Sie haben acht Jahre lang eigentlich gesagt, auch in vielen Gesprächen mit mir, dass nur die Hoffnung sie am Leben hält. So im Laufe der Jahre haben eigentlich viele Menschen sie deswegen schon belächelt. Der glaubt immer noch, die Natascha ist am Leben. Mein Gott, das kann doch gar nicht sein. Sie haben nicht aufgegeben. Wie ist dieser Moment jetzt? Das ist das Größte, was man sich vorstellen kann. Ich sage ehrlich, ich habe nicht geglaubt, dass ich das noch erlebe. Aber mein Ziel war, dass ich das zu Ende bringe, egal so oder so, eben um das Schicksal meines Kindes zu ergründen. Was hat sie Ihnen denn erzählt, als sie sie gesehen hat, das erste Mal? Wie war so das Gespräch? Ich habe das Gespräch versucht auf ihr Spielzeug, auf die Karten. Eben, auf was sie sich noch erinnern konnte und was wir machen werden, wenn jetzt, dass wir genug Zeit haben und so. Und dass sie jetzt, ich habe mittlerweile eine liebe Frau gefunden und die hat zwei Nichten. Das sind Mädchen in ihrem Alter und dass sie da, die sind Ungarinnen und sie wollte so gern diese Sprache lernen. Und so habe ich das irgendwie, irgendwie das Gespräch so mit belanglosen Sachen, dass sie nicht zu überfordert wird. Und die Natascha freut sich jetzt wieder auf zu Hause. Sie freut sich riesig. Sie hat sehr viel Radio gehört. Sie hat gesagt, sie hat den ganzen Tag nur Radio gehört. Sie hat die ganze Bildung, man kann sich das nicht vorstellen, die Frau ist gebildet. Für mich ist sie eine hochintelligente Frau geworden. Sie hat einen Wortschatz. Das ist unglaublich. Sie hat nur durch Radio hören. Er hat ja Filme aufgenommen und ihr dann vorgespielt, wieder auf dem Wiedrekorder. Und sie hat Bücher bekommen zum Lesen, Schulbücher auch. Er hat sie geschult. Das ist unglaublich. Ich habe mir gedacht, mit zehn Jahren und sie hat keine Hauptschulausbildung, nichts. Und blitzgescheit für mich. Sie haben gesagt, Sie haben irgendwie ein Freundschaftsverhältnis zu ihr aufgebaut. Wie ist Ihnen das gelungen? Ja, am Anfang mal, indem ich, ich hatte ja nur ein Kleid an, so ein Trägerkleid. Und ich habe ihr meine Jacke gegeben. Dann hat sie meine Haare bewundert, meinen Schmuck. Und sie hat das alles nicht gehabt in den acht Jahren. Sie hat immer gesagt, er hat kein Geld dazu. Und irgendwann würde ich einen Schmuck kaufen. Aber sie hat das alles nicht gehabt. Und dann habe ich ihr meine Uhr gegeben. Was hat sie geschenkt? Geschenkt, ja. Sie wollte ihm gut zureden. Sie hat das immer wieder versucht. Was gut zureden? Dass er sie freilässt? Ja, dass er sie freilässt. Sie will eine Familie, eine eigene haben. Sie will Kinder haben. Und sie will die Freiheit. Wenn Sie jetzt zurückdenken, dass das Mädchen, die junge Frau, dann später schon hier jahrelang gelebt hat. Was denken Sie? Man kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen. Weil, ich meine, sie war ja zehn Jahre, oder acht Jahre war sie da. Man kann sich nicht vorstellen, dass in einem Kölnerlokal acht Jahre lang weich gespielt ist. Ohne dass das einmal ein Frucht zu suchen oder was. Doch niemand von den Nachbarn hat etwas gehört oder gesehen in all den Jahren, in denen Natascha Kampusch vom zehnjährigen Kind zur 18-jährigen Frau geworden ist. Im Keller, unter der Garage. Natascha ist am Montagfrüh auf dem Weg zur Volksschule verschwunden. Die Polizei hat bereits das gesamte Geländer des Rennbahnwegs durchkämmt. Bitte notieren Sie alle Örtlichkeiten, die Sie durchsucht haben. Wir tappen wirklich im Dunkeln. Das muss man offen einbekommen haben. Ein Kind zu verlieren ist wohl das Schlimmste, was einer Mutter oder einem Vater passieren kann. Liebe Natascha, ich bitte dich um alles. Bitte kommt zurück. Und egal, wer du nicht kannst und egal, wer ihr seid und ihr habt die Natascha, bitte gebt sie uns wieder und lasst sie zurückkehren. Das spurlose Verschwinden Nataschas löst die größte Polizeisuchaktion der Zweiten Republik aus. Alle verfügbaren Einheiten sind im Einsatz. Hunderten Hinweisen aus der Bevölkerung wird nachgegangen. Die meisten davon führen ins Nichts. In den ersten Tagen scheint vom Weglaufen bis zu einer Entführung alles im Bereich des Möglichen zu sein. In Nataschas Familie ist schon vor ihrem Verschwinden einiges schiefgelaufen. Das Mädchen hat unter den Streitereien der geschiedenen Eltern gelitten. Nicht nur einmal soll sie erwähnt haben, dass sie am liebsten davonlaufen möchte. Die Eltern bestätigen in ihrem ersten Thema-Interview wenige Tage nach Nataschas Verschwinden die familiären Probleme. Am Morgen des 2. März 1998 verlässt die damals 10-jährige Natascha kurz nach 7 Uhr morgens ihre Wohnung im 22. Wiener Gemeindebezirk. Nach einem Streit mit der Mutter macht sie sich auf den Weg zur Schule. Doch dort kommt sie nie an. Das minutiös erstellte Zeitwegdiagramm und der Hinweis einer zwölfjährigen Schulkameradin, Natascha wäre von einem weißen Kastenwagen mitgenommen worden, waren bis zum heutigen Tag die einzigen konkreten Ermittlungsansätze für die Polizei. Der Hinweis mit dem weißen Kombi hat für uns derzeit Priorität bei den Erhebungen. Es gibt aus der Aussage dieses zwölfjährigen Mädchens bestimmte Indizien, Anhaltspunkte dafür, dass an dieser Sache doch etwas dran ist. Und wir glauben schon, dass diese Wahrnehmung des weißen Kleinbusses mit dem Verschwinden der Natascha zu tun hat. Im Zuge dieser Fahndung werden mehr als 1000 Besitzer eines weißen Kastenwagens überprüft, darunter der mutmassliche Täter Wolfgang P. Er wird im April 1998 von der Polizei befragt. Der Tatverdächtige gibt an, er benötige das Fahrzeug für den Transport von Bauschutt. Weil keine weiteren Verdachtsmomente bestehen, wird auch keine Hausdurchsuchung durchgeführt. Sagen Sie mir die Telefonnummer bitte. Die Kriminalbeamten gehen jedem Hinweis nach. Einige führen die Polizei sogar in zwei Solarien, wo die 10-Jährige gesehen worden sein soll. Doch auch diese Spur bringt die Ermittler nicht weiter. Immer wieder erhält die Familie Anrufe von Unbekannten, die behaupten, das Kind in ihrer Gewalt zu haben. Da hat einer angerufen, ich habe die Natascha, sage ich lebe, sie sagte, ja, es ist wunderschön gehorcht. Und sie sagt, ich habe selbst eine Tochter gehabt, die ist gestorben, ich gebe sie nicht mehr mehr her. Das können Sie bestätigen, Sie haben das selbst mit eigenen Ohren gehört. Aber es glaubt kein Mensch, dass es so etwas gibt. Im April 1998 startet die Polizei aufgrund eines Hinweises erneut eine große Suchaktion. In Strasshof, ganz in der Nähe des Ortes, wo Natascha zu diesem Zeitpunkt festgehalten wird, durchforsten die Beamten ein Waldstück. Der letzte Hinweis, der bei uns, beziehungsweise beim Sicherheitsbüro eingegangen ist, war im Zusammenhang mit dem weißen Kleinbus, wo der Wortlaut circa war, ja bitte schaut auf den Wald zwischen Deutsch-Wagam und Strasshof, beziehungsweise die angrenzenden Waldstücke, da könnte etwas Verdächtiges sein. 2001 geht Thema der Frage nach, wie Natascha als Teenager aussehen könnte. Von der ORF-Grafik aus werden Fotos von Natascha und Jugendbilder ihrer Eltern an die Polizeihochschule Schwenningen in Baden-Württemberg geschickt. Dort kann mittels eines modernen Verfahrens die Veränderung von Nataschas Gesichtszügen dargestellt werden. Die am Computer entstandenen Bilder werden dann von der Polizei unter anderem dafür verwendet, um sie mit Bildern auf Kinderporno-Seiten im Internet vergleichen zu können. Und jetzt, ich lasse einmal durchlaufen. So, und jetzt ist sie da, ziehe sie zurück. Dann nehmen wir dieses letzte, neueste Foto, das die Familie von diesem Kind noch hat und versuchen dann auch noch Fotos der biologischen Eltern, also der wirklichen Eltern zu bekommen, im Alter von zehn. Und jetzt stellen wir uns vor, das Kind ist fünf Jahre vermisst, ist vielleicht noch am Leben, wird jetzt 15, dann brauchen wir auch noch Fotos der biologischen Eltern, Vater und Mutter im Alter von 15. Und aus diesen vier, beziehungsweise plus das Bild des Kindes zum Zeitpunkt des Vermisstwerdens, entwickeln wir dann ein virtuelles Bild, wie das Kind mit 15 aussehen würde. Genau so soll Natascha heute tatsächlich aussehen, bestätigt heute ihr Vater Ludwig Koch gegenüber Thema. Der Wiener Berufsdetektiv Walter Pöchhacker recherchierte von Beginn an in der Krause Kampusch. Verdächtige Personen aus dem Umfeld Nataschas hat er sogar einem Lügendetektortest unterzogen. Im Jahr 2001 ging Pöchhacker mit einer vermeintlichen Sensationsmeldung an die Öffentlichkeit. Er will das Versteck von Nataschas Leiche kennen. Ich habe nach drei Jahren alle Dokumente, die wir haben, sprich alle Tonbänder und auch Filme, nochmals angesehen und durchforstet, durchgerastert nach einem bestimmten Prinzip. Und ich bin mir absolut sicher, die Täter zu kennen. Ob das Versteck der Leiche stimmt, würde ich sagen, steht die Chance eins zu eins. Wochenlang lässt Pöchhacker auf eigene Kosten einen Teich in Niederösterreich bewachen, in dem er Nataschas Leiche vermutet. Auch für Nataschas Vater ist es der letzte Anhaltspunkt. Bis zuletzt glaubt der Detektiv an diese Spur. Die Polizei schenkt Pöchhackers eigenmächtigen Ermittlungen nur wenig Glauben. Ich meine, dass wir wirklich hier so viel getan haben, wie in vielen anderen Fällen nie von uns abgefordert wurde und auch noch nie geleistet wurde. Die Krönung, dass wir das Mädchen haben, ist uns nicht gelungen. Und damit bleibt natürlich immer die Wehmut bei den Eltern und schließlich auch die Frustration, dass die Polizei heute hier versagt hat. Und es wäre schön, wenn irgendwie eine Lösung an den Tag käme. Weil die Ungewissheit, die ist sehr mürbend. Jedes Mal, wenn ich gehe ins Eisgeschäft oder McDonald's oder irgendwo hin und sehe die Kinder oder die jungen Mädchen, die halbwüchsigen. Und du siehst irgendeine Mädel und so einer. Du musst mir unten und davonlaufen und mir denkst, okay, der hat Natascha heute ausschaut. Kurz vor Mitternacht steht fest, der Mann, nachdem so fieberhaft gesucht worden ist, hat sich selbst gerichtet. Er hat sich beim Wiener Praterstern vor eine Schnellbahn geworfen. Von den Ermittlern heißt es, er sei anhand der Fahndungsfotos und anhand der Kleidung identifiziert worden. Und er soll auch die Schlüssel von dem gesuchten Auto bei sich gehabt haben. In Straßhof in Niederösterreich ist das Haus des Mannes, das Haus, in dem die junge Frau jahrelang gefangen gehalten wurde, die ganze Nacht durchsucht worden. Zuerst von Spezialeinheiten der Kobra, weil man nicht sicher war, ob der Mann Sprengfallen im Haus versteckt hatte. Danach hat man dann begonnen, Spuren zu sichern. Die Anrainer hier um das Haus herum, in der kleinen Siedlung, sind jedenfalls schockiert. Wir sind alle geschockt, weil ich kann mich noch erinnern, vor acht Jahren, wie sie verschwunden ist, sind wir nicht allein in die Schule gegangen und haben uns die Eltern begleitet. Das Schlimme ist, dass das unglaublich ist. Es ist fast nicht zum Glauben, dass so ein Mensch in Straßhof wohnt. Kriegt man Angst an oder ungutes Gefühl? Ja, Angst eigentlich nicht. Ungutes Gefühl ist schon. Es ist unbegreiflich. Ich denke mir, ja, in Wien heißt es immer, kein Nachbar kennt den anderen Nachbar. Es ist da in Niederösterreich und es ist unbegreiflich, das Ganze. Momentan ist es relativ ruhig hier um das Haus in Straßhof. Lediglich ein paar Journalisten und Schaulustige hoffen auf neue Informationen. Gegen 9 Uhr, so hat man uns versichert, werden die Ermittler wiederkommen und bei Tageslicht neue Spuren im und rund um das Haus zu sichern. Wir sind alle aus dem Häusl, weil es kann sich gar keiner vorstellen, dass da rundum niemand etwas gemerkt hat davon. Bei den Ermittlungen im Haus des Verdächtigen stoßen die Fahnder auf ein winziges Verlies. Dort soll Natascha versteckt worden sein. In letzter Zeit dürfte sie der Kidnapper öfter ins Freie mitgenommen haben. In dieser Woche soll er mal dort durchgefahren sein. Mit, wenn es glaubt ihr, der Freundin dabei, muss das die Kampusch gewesen sein. Was genau in den vergangenen acht Jahren passiert ist, wird erst in den nächsten Tagen bekannt werden. Natascha Kampusch konnte noch nicht über alle Einzelheiten befragt werden. Natascha Kampusch hat ärztliche Hilfe bekommen. Sie ist ärztlich untersucht worden. Dabei wurden im ersten Augenschein keine Verletzungen festgestellt. Natascha Kampusch hat auch bekommen, eine psychologische Betreuung. Wir kümmern uns um sie derzeit rund um die Uhr. Bei der Gegenüberstellung mit dem Vater soll Natascha in Tränen aufgelöst gewesen sein. Acht Jahre haben die Eltern nichts über das Schicksal ihrer Tochter gewusst. Acht Jahre zwischen Hoffen und Bangen. Acht Jahre warten auf ein Lebenszeichen. Und acht Jahre, in denen die Eltern die Hoffnung, wie sie sagen, nie aufgegeben. Nach acht Jahren Gefangenschaft in einem Keller, ist sie in den letzten Tagen seit wenigen Stunden in Freiheit. Natascha Kampusch heute vor dem Polizeiposten Deutsch-Wagramm, mit einer Decke geschützt vor den Blicken der wartenden Journalisten. Die Umstände ihres überraschenden Auftauchens im Detail. Natascha Kampusch dürfte es gelungen sein, aus dem Auto ihres Kidnappers zu fliehen. Im Garten dieses Hauses in Strasshof wird sie von einer Frau entdeckt. Diese informiert die Behörden. Den Polizisten erzählte junge Frau dann, sie sei die vor acht Jahren verschwundene Natascha. Der Täter ist zu diesem Zeitpunkt schon auf der Flucht. Die Polizei hat die Verfolgung aufgenommen, aber die Spur verliert sich. Der mutmaßliche Täter ist der 44-jährige Wolfgang P. Hier ein Fahndungsfoto. Gefunden wird nur sein Auto. In der Garage des Donauzentrums in Wien steht der rote BMW. Während die Forensiker alle Spuren sichern, läuft die Fahndung nach dem Verdächtigen. Rückblick. Im März 1998 verschwindet Natascha Kampusch auf dem Weg in die Schule. Eine Schulkollegin berichtet, sie habe beobachtet, wie Natascha in einen weißen Lieferwagen gezerrt worden sei. Es folgt die größte Suchaktion in der Geschichte der Wiener Polizei. Es gibt Mutmaßungen, es gibt Verdächtigungen, aber es gibt keine Spur von der kleinen Natascha. Acht Jahre lang bis heute. Die Nachbarn des Verdächtigen in Strasshof sind von den Ereignissen überrascht. Unauffällig soll der Nachrichtentechniker gewesen sein. Ich kenne den Bub schon, da war ein ganz junger Bub. Anständige Leute waren das. Die Großeltern kenne ich, die Eltern kenne ich. Ich kenne da nichts Negatives, wie sie mir das sagen. Am frühen Nachmittag erhält die Polizei von Deutsch-Wagram den Anruf einer besorgten Anrainerin. In ihrem Garten taumle eine junge Frau herum. Die Beamten kommen und finden eine verwirrte Frau vor, die sagt, sie sei Natascha Kampusch. Erste Einvernahmen und auch ein Fotoabgleich scheinen dann ihre Angaben zu bestätigen. Zusätzlich wird ein DNA-Test gemacht. Es hat mehrere Gegenüberstellungen, Agnostierungen gegeben durch Verwandte und die sagen, es ist Natascha Kampusch. Die junge Frau gibt an, acht Jahre lang in einem Keller eines Einfamilienhauses in Strasshof gefangen gewesen zu sein. Das Haus wird derzeit durchsucht, die Kriminalisten entdecken dabei eine verliesartige, teilweise elektronisch abgesicherte Garage. Auch die Eingangstür ist elektronisch gesichert. Sie gehen vorsichtig vor, da die junge Frau ausgesagt hat, der Entführer habe mit Sprengstoff gedroht. Die junge Frau wird inzwischen vor Medien geschützt nach Wien gebracht. Bereits am Nachmittag beobachten Augenzeugen einen roten BMW, der rasch vom Haus wegfährt. Sie notieren sich das Kennzeichen. Die Polizei startet eine Großfahndung, durchsucht in Wien die Wohnung der Mutter des Verdächtigen, auf die das Auto gemeldet ist, findet aber niemanden vor. Gegen 14 Uhr wird dann das Auto entdeckt, im Parkhaus des Donauzentrums in Wien. Das Donauzentrum wird daraufhin von Polizisten umstellt. Beamte in Zivil durchsuchen das Zentrum, der Verdächtige könnte sich ja immer noch in diesem Einkaufszentrum aufhalten. Bei dem mutmaßlichen Entführer handelt es sich um den 44-jährigen Wolfgang P. unverheiratet Nachrichtentechniker. Angeblich gehört er zu jenem erweiterten Personenkreis, der schon bei den allerersten Ermittlungen vor acht Jahren von der Polizei verhört worden war. Am Nachmittag trifft der in Ungarn lebende Vater bei der Polizei ein. Die Mutter ist noch nach Wien unterwegs. Was sagst du denn dazu, dass die Tochter möglicherweise... Ich wünsche, ich wünsche, was wirklich... Bei der Gegenüberstellung mit dem Vater soll die junge Frau geweint haben, so die Polizei. Sie berief am Abend eine Pressekonferenz ein, auf die Frage, wie es sein konnte, dass der Mann das Mädchen acht Jahre lang festhalten konnte. Das ist ein Gegenstand, den wir momentan, wie viele andere auch, intensivst überprüfen müssen. Nicht nur, dass wir das Mädchen zurzeit noch nicht befragen können. Man muss sich ja das vorstellen, das jetzt wieder nach langen Jahren in einer Öffentlichkeit, die bis jetzt nicht zugänglich war. Die Verhandlung nach dem mutmaßlichen Täter im Donauzentrum verläuft ergebnislos. Rund um das Auto werden erste Untersuchungen durchgeführt. Und genauere Erkenntnisse über Fragen, wie oft die entführte Natascha Kampusch mit dem Wagen gefahren wurde, erwartet sich die Polizei von den genauen kriminaltechnischen Untersuchungen im Labor. Heute, kurz nach 13 Uhr, die Polizei von Deutsch-Wagram erhält den Anruf einer besorgten alten Frau. In ihrem Garten taumle eine junge Frau herum. Die Beamten kommen, finden das Mädchen und kommen aus dem Staunen nicht heraus. Sie sei Natascha Kampusch, sagt das verwirrt wirkende Mädchen nämlich. Ja, wurde an und für sich gefangen gehalten in einem Kellerabteil. So hat sie angegeben. Und zwar wo? In Strazhof, in einem Einfamilienhaus. Und ist das das Nachbargrundstück, wo sie gefunden worden ist? Das ist in der Nähe des Grundstückes, wo sie halt so lange Zeit gefangen gehalten wurden. Erste Einvernahmen und auch ein Fotoabgleich scheinen dann ihre Angaben zu bestätigen. Derzeit wird noch ein DNA-Test ausgewertet. Noch wird die Identität der Frau also nicht offiziell bestätigt. Die junge Frau gibt an, acht Jahre lang in einem Keller gefangen gewesen zu sein. Nicht weit von ihrem früheren Wohnort im 22. Wiener Gemeindebezirk. Beamte durchsuchen daraufhin eine Wohnung in Wien, finden aber niemand vor. Auch die Nachbarn wollen nichts bemerkt haben. Gleichzeitig startet die Polizei eine Großfahndung nach einem roten BMW. Den haben Augenzeugen in Deutsch-Wagramm von dem Haus wegfahren gesehen. Auch das Kennzeichen ist bekannt. Das Auto wird schließlich im Parkhaus des Donauzentrums in Wien aufgefunden. Der Besitzer soll überprüft werden. Das Donauzentrum wird daraufhin von Polizisten in Zivil umstellt. Der Verdächtige könnte sich ja immer noch in dem Einkaufszentrum aufhalten. Angeblich gehört er zu jenem erweiterten Personenkreis, der schon bei den allerersten Ermittlungen vor acht Jahren von der Polizei verhört worden ist. Derzeit gibt es auf alle Fälle eine Gegenüberstellung des Mädchens mit den Eltern von Natascha Kampusch. Ihr Vater war schon heute Nachmittag bei der Polizei in Deutsch-Wagramm. Was sagen Sie dazu, dass die Tochter möglicherweise... Ich wünsche, ich wünsche, was liegen Sie. Der Abgleich der DNA von Wolfgang Bricklopil mit anderen DNA-Spuren in einer speziellen Innsburger Datenbank hat kein Ergebnis gebracht. Wir haben keine Erkenntnisse, dass er an irgendeinem Datort in Österreich wohlgemerkt, irgendwo seine DNA hinterlassen haben kann. Berichte, dass das Mädchen und ihr Entführer sexuellen Kontakt hatten, will die Polizei nicht bestätigen. Über den Bewegungsradius und Tagesablauf Nataschas gibt es nur spärliche Informationen. Laut unseren bisherigen Ermittlungen ist es so, dass sie viel Zeit im Verlies verbracht hat, aber natürlich auch Zeit außerhalb, was sie auch bewiesen hat am letzten Mittwoch, wie sie im Garten sogar auffällig gewesen ist, von wo ihr dann ja auch die Flucht letztendlich geglückt ist. Während das Ermittlerteam im Haus in Straßhof weiterhin versucht, Spuren von möglichen weiteren Personen ans Tageslicht zu bringen, kümmert sich ein Psychologenteam rund um Kinderpsychiater Max Friedrich und Natascha. Opferschutzexperten betreuen das Mädchen. Sie sind zücken, sehr eloquent, sehr klug, sehr, sehr positiv, sehr gebildet. Der Ort, an dem sich Natascha aufhält, ist derzeit wohl eines der bestgehüteten Geheimnisse Österreichs. Erst nächste Woche werden weitere Einvernahmen durch die Polizei erfolgen.